Hallo, ich bin Tanja und da hinter der Kamera steht der Klaus. Wir beide, wir reisen sehr gerne und ich habe jetzt 35 Länder der Welt bereist. Wir machen die Reisen im Rahmen unseres Jahresurlaubs, das heißt wir sind nicht wie vielleicht viele andere so längere Zeit am Stück unterwegs oder wir machen auch keine Weltreise, sondern im Rahmen unseres Jahresurlaubs sind wir so zwei bis dreimal unterwegs. Entweder mit dem Wohnmobil in Deutschland, wir machen Reisen in Europa oder auch Fernreisen. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir euch gerne mit auf diese Reise nehmen würden. Wir möchten euch natürlich die Reiseroute vorstellen, vielleicht auch ein paar Unterkünfte und das was wir vor Ort erleben, aber wir möchten auch, dass ihr eure Interessen und eure Fragen an uns richten könnt und das Ganze soll lauten mit 80 Fragen um die Welt. Das heißt ihr schickt uns eure Fragen, könnt ihr in die Kommentare schicken und wir sortieren die dann aus und versuchen diese hoffentlich 80 Fragen, die wir bekommen, zu beantworten und dann online zu stellen. Ja, das heißt im nächsten Video stellen wir euch unser diesjähriges Reiseziel vor. Das wird im November, Dezember, wird unsere Reise stattfinden und dann könnt ihr loslegen und alles was euch zu diesem Land und unserer Route interessiert, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020